Wir befinden uns nochmal im Weltsystem-Crash, in einer Weltsystem-Krise. Die Art und Weise, wie Regierungen und Bevölkerung miteinander umgehen, wird sich völlig umdrehen. Wir werden in ein autoritäres System rutschen, also wo es Preiskontrollen gibt, wo es Zuteilungen gibt. Das passierte jetzt schon, darüber wird diskutiert. Wir sind seit zwei, drei Jahren auf diesem Weg.